Hallo Leute, heute ist der 21. September 2019. Ich habe gestern kein Video zum Paket gemacht mit dem Adventcalender, weil ich sowas gepackt habe. Ich weiß jetzt auch nicht mehr was drin war. Tut mir leid, aber heute kommt das 22. Zürich hin. Das ist das hier. Und da klicken wir jetzt rein. Das ist immer noch ein bisschen plus reibend. Youth Lift. Youth Lift heißt das. Das ist ein Lifting Gel. Express Lifting Gel. Das sieht so aus. Es war sofort straffere Haut und geblättete Felschen. Ich habe ein bisschen fetter Haut. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin auch müde. Und das war im Zwischen 22. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Am 22. Dezember. Und wir sehen uns morgen wieder. Und ja, zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.